Also jetzt schauen wir uns einmal an, was wir zum Schneeschuhgehen alles brauchen. Wichtig ist einmal ein bequemer, gefütterter, wasserdichter und halbwegs stabiler Bergwanderschuh und natürlich Schneeschuhe. Da hat der moderne Schneeschuh einen steifen Rahmen, ein Bindungssystem mit einer Steighilfe und zusätzlich unten Herrscheisen. Links, rechts, machen wir die Bindung auf, dann steigen wir rein, bis wir vorne anstehen, fixieren hinten die Ferse, ziehen vorne an, verstauen das Band und fertig. Und das gleiche mit dem linken, vorne rein bis wir anstehen, Ferse fixieren, vorne fixieren, Band verstauen und fertig. Geht's bei euch? Ja, sieht man, mit einem modernen Schneeschuh geht das alles super schnell und der Schuh ist fixiert. So, als nächstes machen wir den LVS-Check und dabei schauen wir, ob eure Geräte auf senden sind und auch ordnungsgemäß funktionieren. Okay, passt. Dann stauten wir, oder?